Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Fußball-Legenden-Talks. Ich bin der Talker und das sind die Legenden. Nicht nur heute, sondern immer. Klaus Fischer natürlich, Rüdiger Bramczyk und heute zu Gast Matthias Herget. Freut mich, dass du da bist, Mathis. Freut mich auch. Schön, dass du das machen konntest. Und ein weiterer WM-Teilnehmer, Nationalspieler in unserer Runde. Gut, du hast 39 Länderspiele mehr als ich. Ja. Ja, habe ich mir vorhin auch überlegt. Aber dafür hast du aber mehr die Gea, die Gea hast du, mehr Länderspiele, oder? Genau, mittlerweile ja. Ja, war in Holland ja nicht dabei. Ach, war nicht dabei, in Holland? Ah, dann hättest du schon ein erstes Länderspiel gehabt, Jörg. Nee, hab ich noch nicht. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, kommt noch. Was gekommen ist, ist der nächste Auswärtssieg. Am Samstagabend haben wir in Rostock gewonnen. Ein schweres Spiel, was muss man sagen, die Trikots waren anders, die waren neu. Wie haben sie euch gefallen? Ja, ich fand die guter, ich fand die Trikots sehen gar nicht schlecht aus. Schalke war ja 1904 erst rot-gelb und wurde dann erst 1924 blau-weiß. Die Kollegen aus der anderen Stadt, aus der Verbotenen, die waren am Anfang. Das ist schön, nur nicht schwarz-gelb. Weißt du, was die als erste Farben hatten? Blau-weiß. In der Gründung, blau-weiß. Ja, ja. Dortmund war erst blau-weiß. Ja, wo du eindert dich hast und in die hässlichen Farben dann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie sich von uns absetzen wollten und wir waren dann ja schon blau-weiß, als sie es geändert haben. Ja, also, schöne neue Trikots, das Ausweichtrikot und man ist erfolgreich. Was hat dir das Spiel gesagt, Klaus? Ja, das Spiel hat gesagt, dass hoffentlich Terody nie verletzt wird. Ja, weil er ist ein Torgaran für Schalke 04. Den brauchst du, um vielleicht sofort wieder aufzusteigen. Und ich wünsche ihm natürlich, und unserem Verein natürlich auch, ganz klar, dass er keine Verletzung hat und vielleicht länger ausfällt. Im Fußball geht das ja manchmal ganz schnell. Und die Gegner, die werden auch mal richtig einsteigen, wenn sie gegen Terody spielen. Und ja, und deswegen drücken wir jedes Mal die Daumen und in unserem Verein auch, dass nichts passiert. Ja, wollen wir nicht beschreien, ne? Man hat ja insgesamt so das Gefühl, man will gar nicht mehr darüber reden, weil irgendwie stoppt er, das kann nicht so weitergehen. Das wollte ich auch gerade sagen. So mehr man vielleicht darüber redet, ja, und vielleicht passiert das dann auf einmal. Also man sollte mal, oder vielleicht, der Klaus hat vielleicht recht, so mehr man darüber redet und das passiert nicht. Also wie auch immer, ich kann nur sagen, mein Tipp ist 2-0 gewesen. Und ohne Gnade habe ich das gesagt. Muss man sagen, ja. Ja, und habe gesagt, wir gewinnen da in Rostock. Wo ich natürlich auch sagen muss, du hast ja auch gesagt, wir gewinnen. Ja, ich sage keine Ergebnisse voraus. Ja. Sondern wenn wir gewinnen, ist das mir egal, wie wir gewinnen. Das sind drei Punkte, ob wir jetzt ein richtiges Ergebnis haben oder nicht, spielt da keine Rolle. Und es sind wieder drei Punkte und wir sind drei Punkte weg vom Aufstiegsplatz. Aber die Saison ist ja noch lange. Und andere Spieler werden auch immer besser. Man findet sich, man hat ja viele neue Spieler auch geholt und findet sich. Und was ein Auftrag ist, auch an alle anderen Spieler auch, dass man sich nicht zu sehr auf Terode verlassen darf, dass die anderen auch mal in der Lage sind, ein Tor zu machen. Weil irgendwann kann es sein, dass er abgemildert ist. Dann müssen die anderen einspringen. Da müssen die anderen da sein. Und ich denke mal, dass sie daran arbeiten. Das wissen ja auch. Und ja, dann schauen sie gut aus. Lass uns mal über die Tore reden, denn die wurden ja auch sehr schön vorbereitet. Das erste langer Ball von Schau, nochmal eben zur Erklärung, warum wir das jetzt nicht zeigen können, hat natürlich rechte technische Gründe. Und das kann leider keiner bezahlen, wenn wir die Bilder haben wollten. Aber ihr habt das alle noch im Kopf. Langes Ding von Schau in die Mitte, Bilder verlängert nach links außen. Dann hat der Aue hier ein bisschen Platz, weil der rechte Verteidiger einrücken musste. Und dann die Flanke war aber auch vom Feinsten. Die war nicht nur vom Feinsten, das war ja fast ein Torschuss. Wir haben uns ja gerade gesehen, er hat den also richtig voll getroffen. Und natürlich in einer grandiosen Höhe. Und der Rodder ist auf solche Bälle natürlich fixiert. Und man sieht ganz einfach, das macht halt ein Torjäger aus. Er geht auf den kurzen Pfosten, geht vor den Abwehrspieler, hat auch keiner mehr eine Chance, da einzugreifen. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich, dass die Planke so extrem scharf kommt. Du musst natürlich auch ein bisschen Mut haben, da hinzugehen. Ja, natürlich. Also das ganze Sehne ist also auch kein Feichling. Also der geht auch unten hin mit dem Kopf. Und ich finde immer, wenn man unten irgendwo hingeht, ist die Gefahr natürlich wirklich großgegeben, dass er dich auch mal verletzt. Kann ja mal sein, dass der Verteidiger sich da mal ganz anders hinstellt und den Ball mal wegschlagen will. Und wenn er so einen halben Meter da unten am Boden rumturnt, boah, das Tor war sensationell wieder. Das muss man sagen, das konnte eigentlich im Grunde nur einer, und das war der Klaus. Genau, das war nämlich wirklich ein Klaus-Fischer-Tor eigentlich. Genau, sehe ich auch. Die eigentlich ein bisschen undankbar ist. Du weißt nicht, gehst du mit dem Fuß dran oder mit dem Kopf? Geht noch für den Kopf, aber dann musst du ziemlich weit runter, ne? Ja, aber du bist als Mittelstürmer bereit, wenn die Bälle reinkommen. Und du kannst ja nicht immer erwarten, dass die Bälle in Kopfhöhe kommen, sondern du musst bereit sein, egal wie sie kommen, ob flach, halb, hoch. Und ich kann mich auch erinnern an ein Tor gegen Bayern München, als wir 7-0 gewonnen haben. Da war ein Flugkopfball kurz über der Grasnarbe. Da spielt alles keine Rolle. Und du musst dich entscheiden für was. Und er hat sich richtig entschieden. Und ja, das sind so Tore, die brauchst du einfach. Und deswegen sage ich immer, ohne Mittelstürmer werden wir keinen Erfolg haben. Auch die deutschen Nationalmannschaft wird später keinen Erfolg haben, wenn wir keinen Mittelstürmer haben. Und das hat es über Jahrzehnte gegeben. Und wir sind natürlich froh, dass Terrore jetzt bei uns ist. Aber trotzdem nicht nur auf, das habe ich letztes Mal schon gesagt, nicht nur auf Terrore verlassen, dass die anderen auch mal in eine Situation kommen, wo sie ein Tor machen können. Und natürlich brauchen wir Vorbereiter, das brauchen wir auch. Ohne dem geht das ja gar nicht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die Jungs noch mehr den Ball in den Strafraum bringen, weil es kann nicht immer sein, dass du aus drei Chancen zwei Tore machst. Da brauchst du vielleicht mal mehr Bälle, die reinkommen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Bei euch beiden wäre die Flanke anders gekommen. Ihr hattet ja die Verabredung, wenn der Flankengebende, also Abi oder Erwin, Zeit hatten, dann kommt sie lang, am zweiten Pfosten. Und er hatte Zeit, der Aoyan. Also da wäre sie eigentlich, du wärst wahrscheinlich jetzt nicht abgesetzt. Hättest du den Schritt nach vorne gemacht, hättest du ihn nach hinten abgesetzt. Aber man muss ja davon ausgehen, der Abi und der Erwin, die haben ja auch vorher noch mal geguckt. Es ist ja nicht so, dass sie nicht wussten, wo der Klaus steht. Die wussten ja, und die wussten ja auch, wie er sich gerne bewegt. Natürlich, wenn man schon relativ, ich sag mal, mittig vorm Tor ist, dann läuft man mit Sicherheit als Stürmer nicht nach hinten. Sondern dann gibt es natürlich nur noch einen Weg vorne hin. Es kommt ja immer drauf an, ob er Zeit hat, zu schauen. Und das ist entscheidend. Wenn niemand die Zeit hat, die hast du nicht immer. Aber dann weiß er, wo er hinflanken muss. Und ich weiß, dass er da hinflankt. Da kommt er vielleicht auch mal am zweiten Pfosten. Aber es spielt ja keine Rolle. Trotzdem gehst du immer wieder am ersten Pfosten. Weil das habe ich gelernt. Das hat mir ein Trainer auch immer gesagt. Wenn du dreimal umsonst leifst, viermal umsonst, darfst du dich nicht absetzen, nach hinten gehen. Sondern musst du wieder nach vorne gehen. Weil dann kommt der Ball. Und dann musst du da sein. Das ist entscheidend. Ich glaube, dass er das auch weiß. Weil er ist ein Torjäger. Er hat seine Tore gemacht in der zweiten Liga. Egal wo er gespielt hat. Und ja, das ist eine Lebensversicherung für Schalke. 0-4. Aber Dietli darf sich aber nicht verletzen. Sei ruhig jetzt. Auch beim zweiten Tor wird er aber super bedient. Das war eine ganz einfache Übung für ihn. Weil der Jüngste im Team macht wie ein Alter, oder Abi? Memo Aydin. Ja, Aydin hat das super gemacht. Das muss ich sagen. Er war auch ruhig geblieben. Er ist ruhig geblieben. Er hat dann auch nochmal hochgeguckt. Er hat gesagt, er hätte ja auch vielleicht selber schießen können in der Situation. Aber er hat nochmal schön hochgeguckt. Er hat quer gespielt. Und hat den Torwart da gesehen. Also wunderbar. Also ich war davon schon ein bisschen begeistert. Vor allen Dingen so ein Junge, der jetzt hier auch so ein bisschen Druck hat. Der auch immer spielen möchte. Und der dann auch immer Konkurrenz hat ein bisschen. Und dann macht er solche Sachen. Und das ist natürlich für uns super. Weil ich glaube, dadurch werden die Jungs auch besser. Und die kriegen auch immer mehr Selbstvertrauen dadurch. Weil die einfach sagen, Mensch, du, das hat einmal geklappt. Das wird jetzt immer klappen. Aber wie gesagt... Die anderen sehen das auch. Der Rote braucht Vorbereiter. Es kann immer nur einer sein, nur zwei. Jeder, der in der Lage ist, muss mal Bälle vorbereiten. Und dass er das klasse gemacht hat, das zeichnet ihn aus. Dass er nicht draufgehauen hat, sondern dann Banner innen. Und der schiebt ihn dann nur noch ein. Das ist dann ein leichtes Spiel für ihn gewesen. Und ich wünsche mir natürlich, dass die anderen Jungs, die das gesehen haben, dass sie das auch so machen. Obwohl, ich vorhin gerade gesagt habe, nicht nur auf der Rote, aber die Situation, die da war, da hat er genau das Richtige gemacht. Im entscheidenden Moment, das Richtige machen. Das spricht ja auch für eine gewisse Qualität. Denn die er nun mal hat und dass er die Ruhe bewahrt hat, gerade in der Situation... Ja, und dann ist ja auch so ein bisschen Konkurrenzdenken da, weißt du. Da sind ja auch viele Jungs, die da auch auf den Posten spielen möchten. Und wenn du da als junger Kerl sowas machst, dann finde ich das super. Das gibt Selbstvertrauen. Ich habe auch schon mal gesagt, die Jungs, die aus der Jugend rauskommen, die Jungs, die über die Amateure kommen, nicht nur mitmachen, sondern mal zeigen, ich will da hin. Und das hat der Gasse gemacht. Und der wird demnächst, der will ich immer wieder spielen. Er hat es ja verdient. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir am Anfang gesehen haben, was Rostock an Chancen hatte, das war auch nicht gerade wenig. Die erste Abzeit war problematisch. Und da hat dann das andere große Thema des Spiels, war ja nicht nur der ganz vorne, sondern auch der ganz hinten, nämlich der Torwart, Martin Freisel, sein Debüt für die Profis. Hatte vorher einmal bei der U23 gespielt, im Derby in Essen. Da hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Und dann hat Kramotzes gesagt, okay, dann du rein. Und war ja ruckzuck da. Nach 50 Sekunden die erste doppelte Faustabwehr. Und dann hinterher das 1 gegen 1, wo dann hinterher Verhoog die Riesenchance hat. Wo wir ein bisschen Glück haben, dass er den nicht verwandelt. Wie habt ihr ihn gesehen, den Keeper? Da ist er neu bei uns. Und er ist ein guter Fußballer. Und was ganz wichtig ist, der Trainer sieht ihn ja jeden Tag, wenn sie trainieren, die Tore der Spieler sieht er jeden Tag. Und da hat er sich dann eben für ihn entschieden. Und was man so gesehen hat, war es die richtige Entscheidung. Obwohl es für alle mir echt leid tut. Und weil er ist ein Schalker, wie im Buch steht. Aber das zählt alles nicht. Der Verein oder alle möchten wieder, dass wir nach oben kommen. Und wenn der Trainer da so entscheidet, muss er erstmal die Entscheidung annehmen. So, und weiter halt an sich arbeiten, weil es, ach da, da kommt bei Toreau immer wieder, ich sage es immer wieder, im Fußball kann so viel passieren. Und ich habe es auch gelesen, Bayern München wäre wahrscheinlich wieder Champions-League-Sieger geworden, wenn Lewandowski nicht verletzt hätte und so weiter. Das sind so wichtige Spieler und da gehört der Torwart dazu, gar keine Frage. Und, ja, muss man mal abwarten, wie er sich jetzt weiterentwickelt hat. Ja, genau. Ich meine, es ist ja schon mal gut, wenn man das erste Mal spielt als junger Torwart und man gewinnt auswärts 2 zu 0. Ist doch nachher, im Nachhinein, ist es doch erstmal egal. Das Gefühl nimmt man erstmal mit. Dass er vielleicht bei der einen oder anderen Situation auch hätte vielleicht anders reagieren können oder was besser machen können, weiß doch jeder. Es gibt ja keinen, der fehlerfrei spielt. Das ist ja Quatsch. Und von daher, von daher, aber das nimmt er doch erstmal mit, auswärts gewonnen 2 zu 0 und gibt natürlich jetzt keinen Grund, so leid man das auch für den Ralf Herrmann tut, aber es gibt ja keinen Grund daran, was zu ändern für das nächste Heimspiel. Na gut, das ist ja Konkurrenz, wie wir schon gerade gesagt haben. Da sind ja einige Jungs, die hinten dran hängen und die würden gerne spielen oder möchten gerne spielen. Ja gut, aber dann müssen sie aber auch Druck auswenden. Ja, deswegen sage ich ja. Wenn der Ralle jetzt keinen Druck ausmachen würde und nur auf der Bank sitzen würde und würde jetzt sagen, du, ich mache jetzt gar nichts mehr, das wäre auch falsch. Ja, er muss gucken, dass er wieder in den Rhein kommt. Aber das macht er doch auch nicht. Nein, nein, ich meine das jetzt auch nur. Ja, ja. Druck zu machen, mein Freund gegenüber, ja. Sonst sitzt du da bis 2025. Das ist ja genauso bei den Feldspielern. Die hinten dran stehen, die müssen versuchen, Druck auszuüben. Natürlich. Aber das kannst du nur über das Training und wenn du dann mal die Chance bekommst, mit der Halbzeit oder halbe Stunde zu spielen, dann muss man da sein. Dann musst du auch selbst den Druck aushalten, den das macht. Ja gut, aber das ist ja normal. Das ist ja ein normaler Konkurrenzkampf, das ist nun mal so. Und ich sage, je mehr du hinter den ersten Elfen hast, die jetzt gespielt haben, die Druck ausüben, umso besser ist es für die gesamte Mannschaft. Denn davon profitieren letztendlich alle. Ja klar. Und das ist es. Am Ende steht ein Zu-Null-Sieg, der dritte Auswärtssieg von vier, dreimal zu null. Zu Hause haben wir noch nicht einmal zu null gespielt. Wie kann man das erklären? Tja. Das ist das, was ich dir immer gesagt habe und die ganze Zeit auch erzählt habe, schon letztendlich eine dritte Sendung. Ich habe immer gesagt, du musst, du musst zu Hause gut stehen. Und den Eindruck habe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das haben wir letztes Mal über diese Dreierkette gesprochen. Ich weiß nicht, ob diese Dreierkette so gut ist zu Hause. Weil da verlässt man sich wirklich auf diese drei Leute da hinten. Und weil unsere Außenverteidiger eigentlich viel nach vorne laufen, die auch manchmal den Rückwärtsgang nicht mehr reinkriegen, weil sie eben kaputt sind, weil sie flanken, zurückrennen, nochmal hin und her. Dann muss man diese drei Leute, die müssen sich 100 Prozent absprechen. Und das ist das, was ich ja gesagt habe. Da darf keiner 30 Meter vorher irgendwo links oder rechts rausrennen, sondern die müssen warten bis zum letzten Moment, wo sie dann sagen, jetzt müssen wir blocken, jetzt muss einer raus. Aber wir haben ja schon wieder darüber geredet, gegen Düsseldorf war das ja so. Zwei Mann rausgelaufen, wo gar nicht notwendig war. Flanke, zack, Tor. Vielleicht sollte man das System ändern. Ich weiß es aber nicht. Defensivspezialist, Libero, gut, gibt es so nicht mehr. Wobei, der mittlere in der Dreierkette ist der manchmal. Das ist normalerweise der Todangebende für die anderen beiden, für die, die Außen spielen. Erstmal gibt er die Höhe vor, auf der sich die anderen bewegen müssen. Und normalerweise sollte es auch so sein, dass er, wenn die anderen, wenn das noch, ich sage mal, unerfahrene Spieler sind, dass er dann auch Kommando gibt. Wir bleiben erst zusammen hinten, was man immer macht. Erstmal deckt man zum eigenen Tor hin ab. Und wenn sich dann mal einer, wenn über den Flügel mal jemand durchkommt, dann muss man sich insgesamt in der Dreierkette dann auch auf die Seite verschieben. Aber dafür ist der Mittlere normalerweise schon, sollte er vorgesehen sein. Das ist jetzt Itakura, der Japaner. Die sind ja alle miteinander neu. Ciao ist schon eine Saison da gewesen. Aber Itakura ist neu, Kaminski ist dann der Linke in der Dreierkette. Wie lange dauert das deiner Meinung nach, bis die sich blind untereinander verstehen? Ja, blind verstehen, das dauert eine ganze Zeit. Also das geht nicht von heute auf. Ich weiß ja auch nicht, in welcher Sprache sie sich unterhalten. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Englisch, weil Itakura ja kein Deutsch kann. Der war in Holland lange, der kann ganz gut Englisch. Ciao kann es auch und Kaminski auch genug. Ist ja nicht so, dass du da einige Sätze erzählen musst, sondern du musst dir nur einen kurzen Wink geben, geh raus oder sonst irgendwas. Und das sollte dann schon reichen im Spiel. Du musst ja keinen Aufsatz schreiben oder, wie gesagt, einen Aufsatz formulieren. Das ist ja Quatsch. Aber je länger die zusammenspielen, umso besser wird auch das Verständnis untereinander. Dafür haben wir so viele Trainingseinheiten. Aber was ganz wichtig ist, dass du in der Rückwärtsbewegung schnell hinter den Ball wiederkommst. Ja, und dann müssen wir mal, wenn du gestaffelt stehst, dürfte nichts passieren. Dass eben ein Mittelfeldspieler dann auch hilft auf der Außenposition. Das spielt ja alles keine Rolle. Nur, wenn du nicht genug nach vorne kommst, dann wird es natürlich gefährlich. Weil dann ist es leicht, eins gegen eins zu spielen. Und deswegen schätze ich mal, dass es im Laufe der Zeit, im Laufe der Saison noch besser wird. So lange spielen sie nicht zusammen. Und ich glaube schon, dass das, auch wenn Latze wiederkommt, der das bei Mainz sehr gut gespielt hat, dann... Ja, wichtig ist einfach das Mittelfeldabwehrsturm, dass die nicht so weit auseinander sind, dass du ein Riesenloch hast. Das ist immer wichtig, finde ich. Und gerade, wenn du zu Hause spielst, wenn du da, was weiß ich, so ein Loch von 30, 40 Meter hast, dann hast du ein kleines Problem. Weil da laufen die anderen alle rein. Ja, aber wenn das ziemlich eng ist, ja, dann ist das nicht der Fall, dass du sagst, da kommen wir irgendwie gut durch. Ja, und so müssen die sich, die müssen sich nach vorne verschieben und müssen sich nach hinten auch alle so verschieben. Und das, sobald, ich sag mal, sobald ein Loch mehr als 25 Meter oder 30, dann ist das schon ein kleines Problem, ja. Dann hast du schon ein Problem. Und deswegen, das ist eigentlich die große Abstimmung. Nicht, weil die drei jetzt da hinten stehen, sondern dieses Mittelfeld mit Sturm und, 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 und. Wer greift als erster an? Ja, wer verschiebt sich? Und dann muss es eng gemacht werden. Und wie der Mathe schon gerade gesagt hat, einer gibt Kommando. Aber die stehen auf einer Höhe. Die können auch mal raus und dann ist abseits. Ja, aber das ist das Spiel, wenn du mit einer Dreierkette spielst. Die müssen sich blind verstehen. Und wenn einer sagt, so will der Mathe es gesagt, raus, dann gehen die raus und dann ist abseits. Ja, aber die Löcher dürfen nicht zu groß sein. Gut, da muss man aber der Mannschaft jetzt auch noch ein bisschen Zeit geben. Wie gesagt, es sind ja viele neue Spieler dazugekommen. Das kann man nicht erwarten, dass das von heute auf morgen klappt. Deswegen tut so ein Sieg mit Sicherheit ganz gut. Man sieht auch, wie gesagt, nach der ersten Halbzeit in Rostock, dass da noch einiges verbesserungswürdig war. Und daran gilt es natürlich, gilt es zu arbeiten. Aber wie gesagt, das Spiel hast du letztendlich 2 zu 0 gewonnen und das nimmt man doch erst mal mit. Okay, genau. Und das fällt das Arbeiten jetzt in der Woche doch wesentlich leichter. Und die werden sich das Spiel ja anschauen und mit darüber gesprochen, was man hätte verbessern oder was man verbessern muss. Und das wird von Spiel zu Spiel mit Sicherheit dann besser. Wenn sie das umsetzen, was abgesprochen wird. Wenn wir uns mal an deine Karriere erinnern, es gab nur eine Situation, in der du auch alle, die da in der Kabine waren, nicht kanntest, die alle neu waren für dich. Da bist du nämlich reingegangen. Das war als junger Mann mit 20 zum VfL Bochum. Stimmt. Und dann saßen da die Bochumer Legenden, wie Lamek, Katschor, Tenhagen, Gerland, Hermann Gerland, Michael Engert. Und dann kommt der junge Mathis Hergetz. Wie war es? Ich muss sagen, war für mich gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja vom Sportclub Gelsenkirchen 07 dahin gekommen. Ich hatte ja das Glück. Eben kurz die Frage, wieso bist du eigentlich nicht zu Schalke gekommen? Du warst bei Rot-Weiß Wacker Bismarck, so wie Stanley Buda, am Anfang deiner Karriere. Du bist also der zweite Große, der da rausgekommen ist bei Rot-Weiß Wacker Bismarck. Dann gehst du zu Gelsenkirchen 07. Okay, kann man auch verstehen. Aber das ist doch der nächste Schritt von Gelb, die gelbe Gefahr, zu Blau-Weiß. Wieso ist das? Ja, es bestand ja immer mal Kontakt. Und zwar hat mein Bruder damals mit dem Dieter Budensky zusammen in Schalke gespielt. Und ich bin mit meinem Bruder immer zur Glückaufkampfbahn gefahren. Und wir haben in der Halbzeit immer da mal aufs Tor geschossen dann. Und bestand immer mal Kontakt. Die wollten mich auch mal haben, aber mein Vater hat zu der Zeit gesagt, nee, Schalke gehst du nicht. So musste ich mich halt ein bisschen gedulden. So musste ich den Umweg über den Sportclub Gelsenkirchen 07 nehmen. Und den VfL Bochum und Bayer-Uerdingen. Rot-Weiß Essen war auch noch dazwischen. Also du bist ja wirklich durchs Ausland getingelt. Ja, muss ich auch sagen. Also es waren immer Riesenfahrten. Und das Kuriose daran ist ja, das ist das Schöne. Ich habe ja während der gesamten Zeit, bis 1988, habe ich in Gelsenkirchen gewohnt. Ja. Und als ich dann von 1988 nach Essen gezogen bin, ist es dann letztendlich 1989 dazu gekommen, dass ich dann zu Schalke 04 gewechselt bin. Also weit gefahren, ein bisschen niemand. Also weit gefahren bin ich, also das muss ich sagen, lag mir wahrscheinlich auch. Ja, schön. Das heißt, du musstest erst aus Gelsenkirchen raus, um dann letztendlich wieder zurück zum FC Schalke zu kommen. Ich bin ja in Gelsenkirchen. Du musstest bei mir ein bisschen weiter nach Köln. Ja, aber allzu. Und viel mehr Stau. Allzu weit ja auch nicht. Aber das ging ja auch noch. Aber bei mir lag alles, wie gesagt, in der Nähe. Ja, das stimmt. Ja, die große Zeit war dann in Uerdingen. Ja, die Interesse war. Da waren Dinge dabei. Ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht der KFC oder damals Bayer-Uerdingen-Experte. Muss ich nochmal nachgucken. Aber da waren ja schon wirkliche Kracher dabei. Wenn man sieht, Schalke 04 rausgeschmissen in der Relegation. Was war da los? Dann hast du auch noch ein Tor gemacht. Ich habe bei Horper auch noch ein Tor gemacht. Ich habe gedacht, du sprichst es nicht an. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ja, das gehört zur ganzen Wahrheit. Ich höre das ab und zu immer noch von den Jungs von der Traditionsmannschaft, dass sie mir das immer wieder mal vorwerfen, dass ich damals mit dafür gesorgt habe. Für die Jüngeren müssen wir erklären, Relegation 83. Schalke rettet sich in die Relegation als Erstligist mit einem 1 zu 0 in München bei den Bayern. Und jeder denkt, okay, jetzt sind wir auf dem drittletzten Platz. Jetzt kommt das Spiel gegen Uerdingen und da bringen wir vernünftig unsere Leistung. Genau. Und ich war als Fan mit dabei in der Grotenburg und habe auch gedacht, so, ja, kommen jetzt hier irgendwie ein Unentschieden und zu Hause schlagen, was er. Und dann? Dann lief alles doch. Kommt meistens anders. Ein bisschen, als man denkt. Aber Rotenburg war auch immer so ein heißes Pflaster in dem Stadion, fand ich. Ach, Rotenburg war zu der Zeit war schon ein Fußballstadion, ein richtiges Ball. Ja, gut, wir hatten ja hinten noch die auslasende Kurve, die gab es ja dann noch, die ja nachher dann erst gemacht wurde. Und dann noch die alte Tribüne dann. Das war schon etwas kurios. Aber gut, gegen Schalke in der Relegation war es natürlich auch verkauft. Aber ich glaube, da waren auch mehr Schalker als Uerdinger im Stadion. Und die hatten auch nur einen Mörder in ihren Reihen. Der Vorstopper. Der Ludger. Ja, Lundger Vandelo. Lundger Vandelo. Ja, wir hatten, wir hatten da keine schlechte Mannschaft. Und dann war da noch der Norbert Brinkmann, der Abwehrspieler. Dann haben wir nachher noch den Langen Funkel dazu bekommen, den Wolfgang. Da hatten wir schon eine gute Mannschaft. Und wie gesagt, wir sind ja dann 83 aufgestiegen. Ja, eben schnell, eine Halbzeit haben wir nicht aufgepasst. Da steht es 3-0, nach 44 Minuten trifft dieser junge Mann. Ja, es ist mir ein Freistoß abgerutscht, wie es schon mal vorkam. Leute, wenn die Schalker Traditionsmannschaft spielt und er ist dabei und es gibt Freistoß, nicht Würstchen holen gehen, nicht Bier, Kuppeln. Der macht die Dinger auch heute noch rein mit, darf ich sagen, 65. Ja, ja. Als hätte er nie was anderes getan. Immer schön in den Winkel. Ja, der hat immer schön den Ausruhpposten gespielt. Libero, weißt du? Sie können länger spielen. Das musst du dir heute auch alles anhören. Das ist so. Ich meine, so wie ich das dann gespielt habe. Ja, wie der Tanne. Der Tanne hat sich auch so lange ausgeruht. Ja, gut, der Tanne hat ja mehr hinten gespielt. Ich war ja doch derjenige, der dann auch oft vor der Abwehrspiel gespielt hat. Ja, ja, nach vorne mich gegangen. Und wie gesagt, als wir 83 aufgestiegen sind, dann kam ja Timo Konietzka als Trainer. Ja, und dann hatte er, da hatte ich quasi freie Hand, da hat er auch gesagt, ich will dich nicht da hinten sehen. Dann haben wir den, wir haben quasi auch mit drei Abwehrspielern gespielt, war so eine Dreierkette. Und er sagte, ab und zu dahinter, aber in der Regel dann normalerweise spielst du da vor. Und wenn du einen langen Funkel da hinten hattest, der hat kopfballmäßig sowieso alles abgeräumt, der wäre prädestiniert heute natürlich auch für eine Viererkette. Und wir haben da schon, muss ich sagen, wir haben da auch eine gute Mannschaft gehabt. Relativ unbekannte Spieler, die zusammengeholt wurden, aber halt eine Mannschaft, wo es innerhalb der Mannschaft gestimmt hat. Und da muss ich sagen, dafür haben wir eine ganze Menge daraus entwickelt. Ja, 3-10 aufgestiegen, 85 Pokalsieg gegen die Bayern. Ja. Da war dann noch irgendwie mal so ein ganz wichtiges Spiel. Europapokal oder was war das? Ja, das war ja dann gegen Dresden. Gegen Dresden, genau, das war 86 dann. Auswärts mit zwei verloren und dann steht es zur Halbzeit 1-3. Da 2-0 verloren, genau, und zur Halbzeit 1-3. Also 1-5. 1-5, da war auch alles gelaufen. Ja, da haben wir uns zu der Zeit, na gut, das war ja so. Jetzt kannst du es ja sagen, habt ihr in der Pause gesagt, okay, jetzt lass uns gucken, dass es hier nicht... Nein, lass uns nur vernünftig das Ding runterspielen, nicht, dass die uns hier abschlachten. Denn da war eine Übertragung im ZDF, war schon was Außergewöhnliches, Europapokal. Und da haben wir gesagt, so pass auf, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass die uns hier wirklich abschießen. Und das sollte uns nicht passieren. Und wie sich dann Spiele entwickeln? Gut, der Torwart musste ausgewechselt werden von Dresden, der ist mit dem langen Funkel zusammengeprallt. Und obwohl das an dem Ersatztorhüter, der danach nie wieder gespielt hat, das ist ja das Kuriose. Ich habe ja danach auch den Dixi Dörner noch ein paar Mal getroffen. Ja, das war aber wirklich so. Mit dem Dixi Dörner noch ein paar Mal gesprochen, der damals auch Mannschaftskapitän in Dresden war. Und wir haben uns ja danach des Öfteren mal gesehen und da hat er auch gesagt, der hat danach nie wieder gespielt, obwohl das nicht an dem Torwart lag. Das Spiel hat dann irgendwie eine Eigendynamik angenommen. Kam ran, 3-2, 3-3, 4-3, ja gut, dann fingen die an zu wackeln. Das hat man dann schon, merkt man ja als Spieler. Und bei der Mannschaft geht es ruckdurch, die Mannschaft eigentlich dann auch. Ja, und dann gibt es ja noch mehr, dann gibt es ja noch mehr. Und dann passiert sowas. Aber wie gesagt, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt in der Halbzeit keinen Druck mehr. Wir haben ja nur gesagt, wir wollen uns vernünftig verkaufen, vernünftig hier verabschieden. Und so sind wir dann ans Laufen gekommen. Und nach dem 4-3, da haben wir uns angeguckt, haben wir gesagt, ach, da geht ja vielleicht doch noch was. Und bei den anderen merkst du das natürlich auch. Und du merkst ja, wie die gegnerische Mannschaft sich verhält. Die wurden dann unruhig, die haben sich dann angemeckert. Und das registriert man ja alles. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir doch mal, was noch machbar ist. Ja, und dann war das im Nachhinein ein Wahnsinnsspiel. Absolut. Filmiert unter das Wunder der Grotenburg. 7 zu 3 der Endstand. Damit waren die zwei Tore Rückstand aus dem Hinspiel natürlich mehr als egalisiert. Auch ein bisschen im Fernsehen. Ja, da waren einige auf einmal ürdigen Sympathisanten. Für eine kürze Zeit. Natürlich auch vorher, der Pokalsicht hatte auch schon geholfen, gegen die großen Bayern zu gewinnen. Das kam auch gut an beim Restvolk, bei den Nicht-Bayern-Fans. Und dann hat der auch noch Halbfinale gespielt gegen Atletico Madrid. Ihr habt im Jahr drauf UEFA Cup gespielt gegen Barcelona mit dem kleinen Oerdingen. Nein, für unsere Verhältnisse war das schon grandios. Und in der Zeit hat ja auch keiner von Bayer Leverkusen gesprochen. Da waren wir ganz klar, waren wir, also ich sag mal, die Macht, interne Werksmacht waren wir. Der Bayer-Dromhagen war auch ziemlich gut. Ja, ja, du musst im Handball, aber. Da haben wir in der dritten Liga gespielt und du spielst am Bayer Leverkusen. Ja, ja, das muss ich sagen. Das war schon eine grandiose Zeit. Sag mal, wo du gerade sagst, dass solche Spiele auch nur selten im Fernsehen übertragen wurden. Das Glück, dass die ganze Nation zugucken konnte. Wie habt ihr die Relegation gesehen? Wurde die überhaupt im Fernsehen übertragen? Weil ihr wart ja bei anderen Vereinen dann? Ich weiß halt gar nicht mehr. 83? 83. Aber ich meine, die wurden übertragen, ne? 83, da war ich noch, spreche ich nicht aus. Wo bist du da umgetichelt? Sagt die anderen. Ach so, ja gut. So, 15 Kilometer. 83 war ich in Köln, ja. Na gut, aber wäre jetzt interessant gewesen, weil ich war natürlich im Stadion bei beiden Spielen. Rückspiel dann 1-1. 35 glasklare Chancen auf Schalker Seite. Das stimmt. Pfosten, Innenpfosten, Torwart, Torwart, Innenpfosten, Latte. Also die waren wir schon reichlich. Unfassbar, unfassbar. Das haben wir doch auch mal gern. Weißt du noch, Pfosten, Latte, was war gegen Saarbrücken, wo wir 1-0 zuhause verlieren? Dann haben wir die Meisterschaft vor 1-0. Die deutsche Meisterschaft gekostet. Ja, 1-0 zu 1. Ja. Wir haben noch eine Stille spielen können, die Bälle gingen überall hin, wegen ins Tor. Und die kommen einmal durch. Ja. Der Enver Maric, statt den Ball aufzunehmen, will er mit dem Fuß wegschlagen und hat einen schlechter neben der Ball ins Tor. Verlin 1-0. Ohne Entschieden hätte ich schon gereicht. Weil wir das bessere Torverhältnis hatten als Gladbach damals. Das war ja… Das war ja… Das war ein Spiel. Was war das? 77. 77. 77. Dann hat ja noch Bayern Gladbach gespielt zum Schluss und wir haben Dortmund 5 nur zuhause geschlagen. Genau. Wenn Bayern gewonnen hätte… 4-2? 4-2 war das? Ja. Wenn Bayern gewonnen hätte… Da hätte ich jetzt ein anderes Ergebnis im Kopf gehabt. Ja. Aber es war ja nicht so. Freitag vorher, in der Sportreportage, warte mal, freitagsabends die Sportreportage im ZDF, hat Franz Beckenbauer gesagt, ja gut, wie das Spiel ausgeht. Wir brauchen einen Punkt für den UEFA-Kopf, wir brauchen einen Punkt für die Meisterschaft. Wir haben wohl unentschieden spielen. 2-2. Allerdings hatten die Gladbacher geführt und haben den Bayern eine 2-2 geschenkt, damit die… Das war also… Reicht nicht ganz zur Deutschstoß-Legende. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Du bist dann spät, wie wir gehört haben, doch nochmal zum FC Schalke gekommen. Aber da waren wir in der 2. Liga, wir waren fast abgestiegen aus der 2. Liga. 88, 89 war ja die große Rettung gegen Blau-Weiß 90 Berlin, Peter Neurohr… Da war ich auch im Stadion, ja, ja. Ja, da war uns zwischendurch auch schon ganz schwummerig. Und in Orr-Erkenschwick hatten sie schon, glaube ich, den Gesamt-ETA um 95 Prozent erhöht, weil sie dachten, sie hätten ein Heimspiel gegen uns in der nächsten Saison. Und dann kommst du zu Schalke und da ist natürlich der Auftrag aufstieg. Aber hat ordentlich hingehauen. Schlechter Saisonstart, dann wurde es wieder besser. Ja, es lief nicht ganz rund am Anfang, das kann man sagen. Dann wurde es nachher so peu à peu besser, aber die gute Zeit habe ich dann leider nicht mehr miterlebt, weil ich mich dann verletzt habe. Und dann musste ich halt aufhören. Das Kuriose war nur, dass mich ein Mitspieler verletzt hat. Wie ist das denn passiert? Ja, ich will dem Didi Schacht, hallo Didi, will ich ihm nichts Böses tun. Der Didi war das? Ja, ja. Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Kommt eine Ecke, ich stand immer am kurzen Pfosten, kommt rein, ich laufe nach vorne, stehe mit dem linken Bein, will den Ball wegschlagen und Didi kommt von hinten angeschossen, mit dem Kopfballtorpedo will er klären. In der Höhe, da war die Situation, die man als Stürmer ja nicht ganz so gern hat. Nur ich war sein Mitspieler und er fliegt von hinten rein, trifft mich mit der Schulter hier in der Kniekehle und ich stand fest auf dem Boden und dann war die Patellasehne durch. Und das war dann leider Anfang vom Ende. Ja, hast du dann in dem Alter nicht mehr die Kurve gekriegt? Nee. Kriegst du denn die Würstchen da noch vom Didi? Ich war noch nicht da, ich werde mal hingehen. Auf Lebenszeit gemacht. Hat er ja erst später aufgemacht. Hat er erst später aufgemacht. Besser mal vorbei als Didi. Hör mal zu, jetzt war ich auf Lebenszeit mit Würstchen. Aber jetzt geht es nur ein Würstchen. Wo heißt der, wo er steht? Ja. Heuch Dölting steht der, glaube ich. Ja, klar. Ja, das ist, glaube ich, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Tagen. Ja, aber dann ist dein letztes Spiel, dein letztes Profispiel von über 500, wenn wir die Länderspiele dazu rechnen, ist dann ausgerechnet, dass in Hessen Kassel, wo klar ist, wir steigen nicht auf. Genau. In dem Jahr. Und wo das, wir sind Schalker und ihr nicht erfunden wurde. Richtig. Ja, da lief es teilweise so ab wie leider in der letzten Saison. Wir sind also dann am Parkstadion angekommen. Da haben uns auch einige erwartet. Aber es war nicht ganz so aggressiv. Natürlich wurden wir dann auch beschimpft. Weil, ja gut, wir hatten ja auch mit mehr gerechnet. Wir wollten ja letztendlich aufsteigen. Aber ich habe mich dann, wie gesagt, nochmal dazu durchgerungen. Ich habe gesagt, so jetzt habe ich sechs Monate Reha-Maßnahmen gemacht bei dem Bernd Restle in Düsseldorf. Ich sage, jetzt muss ich halt, muss ich mal gucken, ob es wieder geht. Dann habe ich gespielt, habe dann noch einige Trainingseinheiten gemacht und dann hat sich leider herausgestellt, dass es dann, dass es nicht mehr geht. Dann war ich den Anforderungen im Profibereich halt nicht mehr gewachsen. Schön, dass es noch für die Tradition reicht, um da ab und zu mal einen in den Winkel zu streicheln. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, Glück im Unglück. Denn wenn du mit 34 dich verletzt, das Gleiche hätte dir ja auch mit 22 passieren können. Deswegen sage ich ja immer, es ist ja toll, dass wir alle so viele Spiele machen konnten. Aber wir sollten alle dabei nicht vergessen, dass auch viel Glück dazu gehört. Und vor allen Dingen, Mattias, du hast nicht vergessen, früher wurde ein bisschen brutaler gespielt. Heute kriegt ja jeder so eine gelbe Karte, wenn er ihn nur so anpackt. So wie Klaus Fischer, wenn die Stürmer früher, oder wenn die zu uns oder nach Uerdingen kamen, oder egal, wo du als Abwehrspieler gespielt hast, hast du den Auftrag gehabt, nimm die erste Situation mit und pack ihn dir schon mal. So wurde früher gegen Stürmer gespielt. Heute sind die doch, die sind ja, die sind ja, leben doch im Schlaraffenland, die Stürmer. Nein, das ist so. Die freut sich zueinander. Ja, aber das ist so. Und wie gesagt, dann können wir ja dankbar sein, dass wir so eine lange Zeit alle im Profifußball überstanden haben oder miterleben durften, was ja eine grandiose Zeit ist, das ist nun mal so. Es gibt ja nichts Schöneres als Profifußballer zu werden und dann über viele Jahre dabei bleiben zu können. Aber wie gesagt, gehört auch eine Menge Glück dazu. Apropos Glück, ab und zu rutscht einer rein, hast du gesagt. Abbi, hast du mal das Tor des Monats geschossen? Ne, Zweiter wurde ich. Aber irgendwie ein Mädchen. Dafür gab es keine Plattkette. Nein, es gab gar nichts für. Ich meine, es war irgendwie eine Frau, die hat ein tolles Monat. Ja, die hat mich geschlagen. Er lacht doch nicht. Er lacht doch nicht. Was hat sich denn ausgespürt? Nein. Was hat sich denn ausgespürt? Sechs Mal? Boah. Wisst ihr, wie oft er? Mathe ist, glaube ich, zweimal. Dreimal. Dreimal. Irgendwie wusste ich, ich habe jetzt geraten. Und das als Libero? Dreimal Tor des Monats und erhält einen Rekord bis heute. Ja, den hat noch keiner. So ein ganz weites Tor. Nein. Da hast du doch auch mal so einiges gemacht. Das war das erste in der Form. Gegen den Uli Stein damals. Genau, meine ich doch. Das war doch von der Mittellinie irgendwie. Kurz hinter der Mittellinie. Der Uli Stein war ja bekannt dafür. Aber das ist ja ... Inzwischen gibt es ja 70 Meter Tore und so weiter. Ja, die gibt es ja. Mit den Bällen heute könnten wir ... Ja gut, heute wir nicht mehr 70 Meter. Aber früher hättest du damit auch 70 Meter schießen. Mit den Bällen. Ich wollte nicht so weit hin. Ach du, die eigene Hälfte kanntest du ja gar nicht. Doch, bei Standardsituationen war ich auch ... Doch, doch, das weiß ich schon. Dann haben wir ihn mal genommen zum Kopfball. Ja, ist doch klar. Zum Kopfball weghauen. Zack. Mit dem Rolli zusammen am besten. Aber du hast die Statistik noch voll drauf, ne? Dein Rekord ist folgender. Ja, kurios. Das hat mir irgendwann, ich sage jetzt ganz ehrlich, vor zehn Jahren mal einer gesagt. Weil da kam das wohl auf mit den ganzen Statistiken und haben die in den Archiven gekramt. Und ja, du sprichst auf den Elfmeter-Hettrick an. Genau. Ja. Drei Elfmeter-Tore in einem Spiel als lupenreiner Hektik. Also hintereinander weg. Ja. Hat es vorher nicht gegeben und nachher auch nie wieder. 1980, ne? Für rot-weiß Essen. Rot-weiß Essen, genau. In einer Hälfte. In einer Hälfte und alle verwandelt. Und alle verwandelt. Einer links, einer rechts, einer in die Mitte. Ja. Ja. Ja, ja. Das war ein guter Schiri. Muss ja ein super Schiri gewesen sein. Ich glaube, das war gegen Holstein Kiel. Das Spiel haben wir 6-1 gewonnen oder so. Da hat Frankie Mill noch vorne drin gespielt. Und der hat, glaube ich, zwei rausgeholt. Fränky war ja auch Schliessler. Ja, Fränky war natürlich auch einer, der... Zung auf rausgeholt. Ja, rausgeholt. Ich habe ja nicht gesagt, geschunden. Rausgeholt. Ja. Das Spiel habe ich nicht. Rausgeholt habe ich nie. Ne, das war nicht, ne? Das war nicht mein Ding. Ne. Ja. Wie hieß der nochmal? Der Schiedsrichter, der immer hier bei uns, der große Lange. Wie hieß der nochmal? Eschweiler? War es der Eschweiler gewesen? Na klar, der Eschweiler. Der Große. Der war doch so ein großer. Vollsmäßig groß war der. Und der Eschweiler, da bin ich einmal so an der Außenlinie vorbei. Da wollte ich einen Elfer rausholen. Da kam einer zu mir. Ja, pass mal auf. Du bist hier nicht richtig reingelaufen. Sonst hätte ich gepfiffen. Dann bin ich so, weißt du, an dem Rasen so bissen. Dann bin ich verhingefallen. Ja, das war doch ein Elfer. Aber das war nicht so. Du musst mehr reingehen, hat er gesagt. Du musst mehr reingehen. Das habe ich nie vergessen. Er war auf uns im Parkstadion. Ja, dann nochmal zurück zur Gegenwart. Elfer haben wir noch nicht gekriegt in dieser Saison. Aber wir sind die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen hat. Ja, alle anderen hatten schon mal die Null an der falschen Stelle. Und das wollen wir natürlich, dass es so bleibt. Gegen Ingolstadt. Nächste Aufgabe. Da ist einiges passiert jetzt. Die haben verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Dritte Niederlage hintereinander. Sind Vorletzter und haben mal schnell den Trainer gewechselt. Den sportlichen Leiter rausgehauen. Zehe heißt der. Bruch mit Zehe. Und jetzt ist Kollege André Schubert da. Was haben wir denn von den Ingolstadtern zu erwarten am Sonntag? Es ist immer so. Neuer Trainer. Neuer Trainer da ist. Die Spieler, die da spielen, die wollen sich beweisen. Die werden mit Sicherheit alles geben hier auf Schalke. Und die haben auch gesehen, Schalke hat zu Hause ja auch gegen Auen nur unentschieden gespielt. Und haben gegen KSC verloren. Deswegen wird das auch wieder nicht so, für mich persönlich, ein einfaches Spiel. Du musst erstmal nicht so weit zu Fehlern zwingen, dass du Möglichkeiten kriegst. Natürlich musst du vorbereiten. Gar keine Frage. Die bessere Mannschaft sind wir. Aber im Vorbeigehen kannst du, egal wen du spielst, kannst du die Spiele nicht gewinnen. Und ich tippe auch heute mal. Ach du tippst heute? Was ist denn los mit dir? So wie Abi. Also ich persönlich. Wir werden wieder ein 2-0 schon reichen. Kein Tor kriegen. Zwei Tore. Reicht. Drei Punkte. Weiter geht's. Genau. Ich glaube, wir sind gut in Schwung. Und ich glaube durch das Spiel jetzt wieder in Rostock haben wir sehr viel Selbstvertrauen gekriegt. Und ich glaube auch diesmal, dass wir mindestens 3-0 gewinnen. Dein Wort zu Gottes Ohr. Also das ist für mich, weil jetzt haben die zur Zeit so einen guten Lauf, finde ich. Und deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass wenn die Mannschaft sich untereinander auch langsam findet und jetzt habe ich das Gefühl, dass da auch was geht zu Hause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir pausenlos unentschieden spielen oder verlieren. Das gibt's nicht. Also wir müssen den Bock jetzt umschauen, ganz schnell. Und das müssen wir eben gegen die machen. Und dann gewinnen wir eben 3-0 und dann ist das Thema sowieso vorbei. Dann hängst du oben bei, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, ich persönlich möchte nicht ganz oben sein, sondern immer so in dem Bereich Dritter, Zweiter, wo der Druck nicht sofort so groß ist, dass man sagt, jetzt bist du Erster, jetzt kommst du überall hin und sagen, wir spielen gegen den Ersten. Aber die Spieler sowieso, egal gegen wen du spielst, die spielen gegen Schalke 04. Und das ist egal, wo du stehst, weil die hauen alles raus gegen Schalke, klar. Und deswegen musst du das wissen und dementsprechend auch so ins Spiel zu gehen und eben Druck entwickeln und in Rückwärtsbewegung so wenig wie viele Fehler machen. Ja, wir müssen ja jetzt mal versuchen, dass wir ein Heimspiel gewinnen. Ja, das ist ja. Und vor allen Dingen bringt ja nichts, wenn du auswärts gewinnst, wenn du nicht zu Hause nachlegst. Ja. Natürlich wird es nicht einfach gegen eine Mannschaft mit einem Trainerwechsel. Die werden mit Sicherheit, und das ist halt so bei solchen Mannschaften, die werden sehr kompakt stehen und werden mit Sicherheit erstmal abwarten und aber sehr diszipliniert spielen. Das ist nun mal, wenn ein neuer Trainer kommt. Darauf muss man sich einstellen. Aber trotzdem sollte unsere Qualität reichen, wenn wir auch ein bisschen Geduld mitbringen, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir vor allen Dingen keinen Gegentor kassieren. Nicht, dass man in den Rückstand gerät und dann eventuell wieder hektisch wird zu Hause. Muss ja nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht so spielen wie gegen Aue zum Schluss, als wir 1-0 geführt haben. Da haben wir nachher ja quasi darum gebettelt, ein Gegentor zu bekommen, was ja dann auch passiert ist. Da haben wir uns so weit zurückgezogen. Aber wie gesagt, jetzt durch den Auswärtssieg und durch die gute Tabellenkonstellation gehört es ganz einfach dazu, dass man so selbstbewusst in das Spiel geht, um das auch zu gewinnen. Also, die Legenden sagen, geduldig bleiben, auch gegen Ingolstadt, kompakt sein, möglichst wenig Fehler machen, dann wird die individuelle Qualität den Ausschlag geben. Das hoffen wir natürlich alle. Wir sagen vielen, vielen Dank, Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk und Mathis Herget. Sehr schön, dass du da warst und bis demnächst, nächsten Montag. Ciao. 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 Vielen Dank.